Willkommen zu Let's Play New Super Mario Brothers Wii. Das ist, oh mein Gott, der erste Lebensverlust. Verdächtig. Hier ist nichts, da hätte ich auch was hingepackt, ehrlich gesagt. Nein, wie kann das denn zählen? Ich glaube, da ist nichts. Und da behältst du deine Star Coins noch nicht mal. So, bleibt nur zu beten, dass das die zweite Star Coin ist. Und die dritte bitte nicht so irre versteckt. Ihr leckt mich doch am Knie. Also mittendrin gab's noch was. Alles, was besonders viel Spaß macht, kann auch Frust hervorbringen. Mario Party, Mario Kart. Ja, all so Sachen, man kennt's. Oh yeah, Mario Time. Mario Time. Ja, was denn sonst? Luigi Time. Toddy Time. Oh je, lieber nicht. Lieber nicht. Winke, winke. Ich geh jetzt was essen, ich setz mich jetzt von Fernseher. Aber da unten, das ist so ein fieses Versteck. Was man nicht auf dem Eisblock sich anschauen sollte. Gut, haben wir das auch absolviert. Der Part ist aber noch nicht lang genug. Nein, wir hauen noch ein bisschen was drauf. Ich glaube, wir müssen Lemmy noch besuchen. Aber erst mal. Toddy. Jawohl. Ehre, wem Ehre gebührt. Oh Mann. Der lernt's nie. Irgendwo muss Bowser sein. Er ist irgendwie traditionell oben. Doch, ich sag's noch. Ich sag's doch. Bad. Boah, ist der Controller runtergefallen. So, jetzt kommt der Bereich. Aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Für die Starcoin. Soll ich ein bisschen warten? Das ist voll gefährlich. Wie komm ich denn da am besten hin? Sag mal. Einfach erst mal abwarten, wie den Klappspaten? Für Kandidaten, die man knicken kann, wie Klappspaten? Ah, jetzt hab ich den Spruch nicht mehr hinbekommen. Wie Pappkarten. So, meine Güte. Verlehne ich etwa meine Sprüche? Nein. Das müssen wir direkt überprüfen. Also. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand, wo ihn jemand mehr fand. Alle Hand, meinte die Wand und nahm's dem Dübel übel. Okay, ich bin noch gesund. Ich bin noch gesund. Übrigens ein Wort zu den Ita- Okay. Kein Fehler gegen Wendy. Sonst schmeißt sie ein Candy nach Sandy und die tut an die Brandy ab. Anrufen auf ihrem Handy. Was ist, wenn jetzt Wasser kommt? Äh, ausweichen. Die Ringe sind nicht besonders schnell, aber trotzdem bringe ich gerade echt Panik. Ah, fickt sich doch ins Knie. Es ärgert mich halt. Lasst mich in Ruhe. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, ab und zu mal stehen zu bleiben, zu schauen, Ruhe zu bewahren. Und Goombas getroffen zu werden am laufenden Band, ne? Alter! Ausraster. Die Laune geht in den Keller, um zu lachen. Vielleicht machen wir doch lieber 5-3. Ja, komm, wir machen lieber 5-3, ne? Ne, der geht nur noch mal zurück. Es ist nicht zu glauben. Oh. Let's go. Ich hab die eigentlich immer so im Griff. Ah. Meine Laune sinkt auf einen neuen Tiefpunkt. Die Kinn bekommen. Der Level an sich ist ja jetzt nicht das allergrößere Problem. Auch wenn ich schon mal baden gegangen bin. Ich sag mal, gäbe es diese komischen grünen... Feuerbälle, nicht? Die einem dezent auf den Keks gehen. Wie wäre dieser Level so... einfach? Ich wusste jetzt nicht, wie lang das geht. Ups. Ja, beschwere dich nie über ein Level, Alter. Naja, da muss man durch, wisst ihr. Manche Parts... Warum kommt da eine Plattform? Guck mal, wie viel Abspann da schon ist. Da müsste schon längst die nächste Plattform da sein. Nein, instant dev, klar. Ich lass das lieber. Da sind nur Münzen drin. Es ist wieder derselbe Klumbach. Du stirbst ja nicht sofort. Ne, ist grad gar nicht, aber egal. Alter! Kommt der Mitz im Deckel da noch an die Decke? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Pilzkönigreich. Die Prinzessin des Landes, Peach Totstool, soll entführt worden sein. Ersten Ermittlungen zufolge stehen unter den Tatverdächtigen... Der König der Koopa, Bowser. Der König der Koopa, Bowser, König Boohoo, Bowser Jr., Wingo der Vogel, die Teletubbies und Marcel Darwis. Und wir haben's geschafft. Bin ich so bescheuert? Wo ist die dritte Starcoin? Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. What the fuck? Auf jeden Fall, Welt 9, 7 ist der blanke Horror. Das ist in Ordnung, ja. Und 8, äh, der allerletzte Level, äh, 9, 8 ist, pfff. Ein Furz. So, schön. Wie ich so richtig stylisch auf den Parakupa draufbringen wollte, aber stattdessen ins Wasserblumen so, pfff, tot. Ja, nice. Und Checkpoint gibt's auch keinen, oder was? Kein Checkpoint? Für mich? Wozu auch? Wozu auch? Ich komm doch nur ein paar Meter weit. Ah, mein Gott.